Hallo zusammen, wir zocken LuckyFahrerhof, einem Euro-Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Los geht's! Vielen Dank auf jeden Fall für eure ganze Unterstützung. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video auch hier einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Das hilft uns immens weiter. Also wirklich vielen Dank für die ganze Unterstützung und auch die Kommentare. Das ist wirklich super zu sehen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir hier kommen werden. Heute sind der Automat und ich noch keine Freunde gewesen bisher. Aber vielleicht wird es ja jetzt besser. Mal sehen. Wir starten mit einem Power Spin. Mal sehen. Einer ist keiner. 1. 2. 1. 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Pausben, los geht's Immerhin 6, das ist doch schon mal was 10 ist unser erstes Ziel, würde ich sagen 10 ist unser erstes Ziel, würde ich sagen 7 Pausbins, nicht ganz 10 Na immerhin, das ist doch schon mal was Endlich etwas, womit man arbeiten kann Wir sind über 10, na endlich 1 1 2 3 Schade, das war jetzt nicht so viel wie erwartet 1 1 2 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1